Hallo ihr Lieben, mein Name ist Sabrina Mockenhaupt, ich bin mehrfache deutsche Meisterin und mein Leben besteht einfach nur aus Laufen und das Schlimmste ist, wenn man verletzt ist und nicht laufen kann, das ist das Schlimmste für einen Läufer und ich kann echt schon mittlerweile ein Lied von Verletzungen singen und das nervt einfach nur und ich bin froh, dass jetzt von Blackroll ein Running Set gibt, da kann man nämlich schon schön von zu Hause aus präventiv arbeiten, regenerativ arbeiten, dass man vielleicht gar keine Verletzung bekommt oder wenn man eine hat, was dagegen tun kann. Also in den folgenden Videos werde ich euch ganz viele Tipps und Tricks zeigen und bin gespannt auf euer Feedback. Sag jetzt mal, wir legen los und wünsche euch ganz viel Spaß.